hallo zusammen ich bin's rafael ich grüße chess for meditation denn er oder sie unterstützt unseren kanal neu finanziell auf meiner patreon seite chess for meditation lass dich nicht stören meditier weiter vielen dank ich wollte euch heute berichten vom achten spieltag der kreisklasse stuttgart west und das ist der vorletzte spieltag wir sind also jetzt direkt im zieleinlauf und wir sind in der tabelle auf den geteilten vierten fünften platz und zwar zusammen mit holzgerling eins wir haben genau gleich viele punkte und gleich viele brettpunkte beide mannschaften haben keine chance mehr aufzusteigen realistisch denn nur der erste steigt auf das ist so weit weg wir haben aber auch beide keine angst mehr abzusteigen und wen hatten wir als gegner wir hatten ein auswärtsspiel und werden ausgerechnet holzgerling als gegner also es war genau das duell der tabellen nachbarn holzgerling ist sehr gut besetzt da müssen wir uns anstrengen wenn wir aber mal schauen letzte saison waren wir dritter in der kreisklasse wenn wir also wieder ungefähr so dritter vierter werden wollen dann sollten wir auf keinen fall verlieren in holzgerling also wir sollten uns irgendwie einen punkt krallen vielleicht sogar mit glück mehr aber ein punkt wäre es eigentlich das minimum damit wir dann am letzten spieltag auch noch eine chance haben dass die saison richtig erfolgreich zu ende geht wir hatten ein bisschen wieder aufstellung sorgen denn unser stefan brett 5 spielt ja nicht mehr unser stefan 2 ersatz konnte auch nicht er hat unser brett 6 konnte diesmal auch nicht spielen oha das wurde schon ein bisschen eng aber zum glück war unser jan philipp unser jugendspieler wieder dabei da hatten wir also schon mal das brett drei markus an vier und an fünf ist eingesprungen unser johannes unser junger student der ein halbes jahr im auslandspraxismester war und jetzt zurückgekommen ist und beim letzten mal so erfolgreich eingestiegen ist mit einem sieg als hätte er gar keine pause gemacht jetzt brauchen wir noch ein brett 6 gut erwachsene waren alle durch hatten wir keine mehr wer könnte noch in frage kommen wir haben noch jugendspieler in der aufstellung und die lucia hat er zum beispiel diese sorgen schon gespielt ein tolles revie geschafft wir haben aber auch noch den die fuhr und die vor über jahre hinweg unser stärkster spieler als kind ganz ganz toller schachspieler ganz faszinierend und inzwischen ist auf dem gymnasium glaube ich in der achten klasse und ich wollte ihn gerne fest an brett 6 spielen lassen diese sorgen das hatte ich vorgeschlagen weil ich einfach denke die fuhr steht so an der schwelle er stagniert gerade er hat das problem dass er immer so ein bisschen der spiel zu schnell er ist dann unkonzentriert läuft mehr an den anderen brettern und guckt da und ich habe gedacht okay wenn man ihn so die dieses brett sechs gibt wenn er gute gegner hat könnte das nicht so die herausforderung sein dass er so den durchbruch und die nächste den durchbruch schafft und die nächste stufe einfach erreicht er hat so ein bisschen ein plateau erreicht und da geht es ein bisschen hoch mal wieder runter aktuell geht es wieder ein bisschen hoch er hat jetzt 1399 die wz und vor der saison hatte ich wirklich gedacht er kann brett sechs spielen und dann macht er die entwicklung aber die jugendtrainer haben einfach gesagt okay er ist noch nicht so weit er ist einfach zu ein bisschen zu fahrig so unkonzentriert und deswegen haben wir ihn brett eins in der zweiten mannschaft spielen lassen und er hat als erwachsener ist eben aus der zweiten mannschaft in die ersten brett sechs gewechselt hier war die chance mal für die zu zeigen was er drauf hat ein kleines problem mannschaft war voll das problem war autos hatten wir jetzt nicht so viele denn gerd als normal autofahrer fiel auch aus und ich wollte eigentlich mit dem fahrrad fahren aber jetzt bin ich jetzt ja auch mannschaftskapitän und da muss man natürlich auch irgendwie vorangehen und da habe ich gesagt okay ich lasse das fahrrad stehen und wir fahren mit dem auto ich bin also um 7 uhr 45 los und habe die glücksnadel von wilfried angesteckt und habe dann erstmal den jürgen abgeholt bin ab denn den die vor abgeholt denn den johannes und den jan philipp also es war ein auto vollgepackt mit schachspielern der marcus musste selber sehen wie er hinkommt nach holzgerling holzgerling liegt von stuttgart aus gesehen die autobahn richtung bodensee raus auf der linken seite das ist noch nicht schwäbische alp das ist auch nicht schwarzwald das ist aber trotzdem schön das ist südlich das ist nett wohnt glaube ich auch über 13.000 einwohner ist gar nicht so klein holzgerling holzgerling ist auch schon ziemlich alt das ist die eulen und rabenstadt glaube ich also die die wappentiere sind eine eule und ein rabe und als die stadt tausendjähriges stadtjubiläum hatte da hat man so zwei meter große figuren hergestellt von raben und eulen und hat das künstlern gegeben und die haben das bunt bemalt und die findet man heute auch überall in der stadt stehen da stehen überall irgendwo so eulen rum also rahmen habe ich noch nicht so viele gesehen aber eulen habe ich schon einige gesehen und gespielt wurde am schönbuch gymnasium hier ist meine ladung schachspieler aus dem auto unser tifu unser johannes jürgen im rollstuhl und unser jan philipp und gespielt wurde hier unten ist der eingang und das war so eine art cafeteria die lag hier unten und das war natürlich sehr schön wir waren ungefähr um 8 40 da wir waren sogar noch früher da als die gastgeber ich bin gerne ein bisschen früher da zum einen mit jürgen weiß man jetzt ja nicht wie gut ist das zugänglich das spiel lokal wir waren waren dort schon aber es ist schon ein bisschen her ich war mir nicht mehr so sicher gibt es da vielleicht treppen oder sowas und deshalb bin ich gerne früher unterwegs ich bin ja aber auch mannschaftskapitän da muss ich dann die aufstellung aufschreiben und muss die aufstellung vom gegner kontrollieren und ich sitze auch gerne ein paar minuten vor dem spiel auch am brett ich fühle dann das partie formular aus ich rückte die figuren zurück das gehört bei mir einfach so zur mentalen einstimmung und deshalb waren wir eben 8 40 20 minuten zu früh da aber aus meiner sicht war das schon schon okay uns wurde jetzt nicht langweilig spielen konnte man dort ideal ist es war so art wie cafeteria oder wie so jugendtreff im grunde da stand dann auch ein billardtisch und kicker rum gab es eine kantine da haben wir jetzt gab es jetzt natürlich nicht zu essen das war ja keine schulzeit das ist ja sonntag früh aber die gastgeber müssen immer dafür sorgen dass es zumindest getränke gibt und das hatten die holzgerlinger gemacht hier sind sogar zwei kisten ein mit cola ein mit wasser und da kostete dann jedes ein euro kann man sich also nicht beschweren und hier sieht man mal genug platz genug licht fensterkammer ich habe gleich mal die fenster ein bisschen aufgemacht also da war wirklich konnte man sehr gut spielen und das hat sich ja in den letzten jahren so eingebürgert dass man mehr abstand lässt also hat jeder jetzt einen tisch gehabt und das finde ich sehr angenehm normalerweise spielt man zu zweit an einem tisch oder sagen wir zu viert dann stehen zwei bretter nebeneinander das finde ich aber immer schwierig als denn wo kommt das partie formular hin wenn man irgendwas hat zu trinken zu essen wo stellt man das denn ich finde es immer ein bisschen eng das ist sehr komfortabel wenn dann jeder sozusagen jede paruk an eigenen tisch hat ist sehr angenehm hier kann man auch sehen weil sie euch fragt was ich was jürgen während einer partie ist oder trinkt also hat hier irgendwie so gegen zucker vielleicht rauben zucker vielleicht irgendwelche bonbons de carb die sonne was habe ich ich habe hier zwei wasser und power wiegel das ist sozusagen meine verpflegung und für notfall habe ich dann immer noch irgendwie eine cola zero hier dabei weil sich einfach mal irgendwie was brauche um mich ein bisschen aufzuputschen also ich brauche nichts was jetzt die die gäste zur verfügung stellen also ihr seht ihr was die holzgerlinger besorgt haben zu trinken ich brauche das nicht ich habe sozusagen meine eigenen sachen und gut hier hat man so gut überblick werden also auch noch eine runde billiard und noch eine runde tischfußball spielen können es gab eine etwas sagen wir mal negative sache aber da konnten jetzt die holzgerlinger nichts für hier drüben hier sind durchgang und hier drüben fand ein chinesisches tanztheater statt und zwar mit ausgebildeten sängern und wenn ihr mal ausgebildete sänger gehört habt die haben eine ordentliche stimme stimme und die machen ordentlich stimmung und die dröhnen auch durch eine wand durch die dame ging noch der herr auf chinesisch war also sehr durchdringend also es war dann doch laut aber nun gut das war jetzt nach dem mittag die ersten drei stunden hatten wir ruhe aber danach war das denn schon ein bisschen bisschen laut ich kann mit solch einem lärm eigentlich ganz gut leben solange die nicht irgendwelche schachpartien auf chinesisch singen lenkt es mich auch nicht ab aber wenn irgendwo welche stehen und unterhalten sich über schachzüge dann bin ich völlig aus der konzentration raus aber wenn er jetzt bloß einfach irgendwo musiktanz und gesang ist dann summt man leicht mit und das stört dann auch nicht so wir legen also los und wer war natürlich als erster fertig die fu klar die fu spielt viel zu schnell er hat sich noch beschwert dass er gegner so lange überlegt hat naja gut was soll man machen so ist er eben da kann man ihn auch nicht irgendwie zwingen das muss sich so mit der zeit einfach ergeben dass er denn mehr reinschaut irgendwann länger überlegt und von natur aus langsamer wird es passierte aber etwas sehr positives einer in seiner partie was ich auch währenddessen schon gesehen hatte sein gegner tauschte ziemlich wild ab sein gegner hatte dwz 1275 und die fuhr hat ja 1399 und da hat vielleicht sein gegner auch ein bisschen zu viel respekt gehabt und das ist so ein typischer fehler dass denn spieler so viel abtauschen weil sie einfach denken okay dann komme ich irgendwie ein endspiel das thema war aber dass er sich schlechter getauscht hat der gegner das heißt er hat die wort immer nach vorne gespielt bauern nach vorne gebracht und der gegner hat dann abgetauscht aber da blieb da bloß ein sehr unangenehmes endspiel übrigen turm endspiel in dem sich die von freibauern verschafft hat der bauer lief und der gegner musste den turm für den bauern geben und hat dann kurz danach aufgegeben wir führten also 1 zu 0 und dass es ausgerechnet jetzt die vor war das war natürlich toll dass er hier gleich einen erfolg hatte mit seinem ersten saison einsatz und das gibt einer mannschaft natürlich dann auch ein bisschen bisschen ruhe und ein bisschen selbstvertrauen wenn man gleich so schnell dann auch in führung geht und die nächste partie die zu ende ging wird meine sein und ich spielte gegen den hinrich und hinrich hat dwz 1716 ist auch mannschaftskapitän von holzgerling also es muss nicht immer das erste brett sein ich bin ja auch nicht das erste brett und meine dwz aktuell 1000 zur zeit der partie 1786 ich war also favorit ich hatte allerdings schwarz und damit kommen wir zu meiner partie der hindrich spielte e4 und ich spielte d6 das ist die perzeröffnung ich möchte aber einfach in die filidor verteidigung rein die filidor verteidigung ist eigentlich e5 und jetzt decke ich den bauern nicht mit einer figur sondern selber mit den bauern und das ist eine gute verteidigung ein bisschen passiv man stellt sich ein bisschen passiv auf entwickelt sich eher auf den eigenen drei rein diese variante in der rein filidor verteidigung hat so ein bisschen das problem das weiß hier mit d4 einen sehr guten zug hat und eine einen schönen langen vorteil hat und diesen vorteil auch lange festhalten kann weil er einfach seine figuren sehr einfach entwickeln kann einen einfachen plan hat er hatte keine probleme und deswegen spiele ich nicht normal filidor sondern ich warte ein bisschen ab und spiel erst mal d6 und möchte erst mal ein zwei figuren entwickeln und dann spiel ich e5 ich versuche also so ein bisschen eine variante zu vermeiden wenn man versucht durch zukumstellung etwas aus dem weg zu gehen hat das natürlich vor und nachteile man handelt sich auf was anderes dadurch ein und in diesem fall macht das hindrich sehr gut besetzt das zentrum er bildet das vollzentrum und seine bauern nehmen jetzt viel platz ein im zentrum ich greife den bauern an erdeckt ihn und hier könnte ich jetzt e5 spielen aber ich habe hier so ein bisschen angst dass er abtauscht und wenn er abtauscht kann er mir noch die dame tauschen und das ist jetzt quasi schon fast ein endspiel und das ist ein bisschen leicht zu spielen für weiß oder leichter zu spielen für weiß wenn schwarz sehr gut vorbereitet ist kann schwarz das hier gut spielen ich finde es aber immer angenehmer diese endspiele für weiß zu spielen und wenn man denn als schwarzer nicht wirklich ganz ganz gut darauf vorbereitet ist und das bin ich nicht denn dann lasse ich es doch lieber und ich möchte verhindern dass die damen abgetauscht werden und deshalb spiele ich erst mal den springer von b nach d7 und jetzt gibt es kein damen tausch weil der springer ist blockiert weil ich möchte ja gerne figuren auf dem brett halten ich möchte ja auf gewinn spielen und typischerweise käme hier springer f3 und das ist so die stellung die man in was weiß ich zwei drittel aller partien bekommt das ist so ganz typisch die zwei springer draußen die bauern vorne das ist so ganz typisch da würde ich dann auch als nächstes e5 spielen oder ich würde noch erst vorbereiten und dann e5 spielen das sind meine ideen was es hier auch geben kann ist dass hier sowas kommt wie g4 und das ist natürlich jetzt möglich weil der läufer das feld nicht mehr kontrolliert also g4 um gleich weiter zu gehen ist ja auch eine idee für weiß auf die man vorbereitet sein muss es kam hier aber etwas anderes und zwar spielte weiß hier f4 und das ist der sogenannte anti philidor weil er eben genau diesen philidor zug jetzt e5 verhindern will und das gilt sagen wir mal auf profi niveau tatsächlich als widerlegung von diesem black line aufbau den ich hier anstrebe und widerlegung ist immer so ein wort das stimmt natürlich eigentlich nie also widerlegung heißt im grunde es führt zwingend zum gewinn einer seite und der zug f4 wird jetzt nicht zwingend dazu dass weiß gewinnt aber unter profis ist das die variante die man eigentlich anwendet um wirklich diesen black line angriff oder diese black line verteidigung zu widerlegen und oder zu versuchen zu widerlegen und richtig auf vorteil zu spielen und da war ich natürlich überrascht weil diese variante habe ich jetzt zum ersten mal und da habe ich gedacht ob 8 ok hinrich scheint sehr gut vorbereitet zu sein was mache ich jetzt hier nur gut wenn ich jetzt tatsächlich c6 spiele und die dame nach c7 und den b6 und der läufer b7 das kann man machen aber es ist natürlich alles schon sehr passiv und die spielt wirklich nur auf diesen drei reihen rum und weiß kann die figuren locker entwickeln kann die figuren verlagern kann mal hier angreifen da angreifen und ich kann meine figuren gar nicht so schnell von einer seite auf die andere seite bringen und hänge noch ziemlich mit lange mit dem könig im zentrum fest das heißt man kann hier nicht einfach sich klein machen man muss jetzt eben auch aktiv spielen und deshalb muss man hier einfach e5 spielen man kann das zentrum nicht völlig kampflos aufgeben man muss hier e5 spielen damit man sich bewegen kann damit man die figuren entwickeln kann und hier kann natürlich jetzt weiß wieder in dieses in den damen tausch gehen aber jetzt ist ein unterschied der unterschied ist weiß hat jetzt hier ein isolani und da könnte man natürlich auf lange sicht drauf spielen also das endspiel hätte ich gemacht da hätte ich jetzt kein problem mit gehabt er spielt aber springer f3 und jetzt ist natürlich hier massiv druck drauf gäbe es eine gäbe es eine möglichkeit sagen wir mal diese kritische variante zu verhindern und diese kritische variante hier die wird auch lions cave genannt die variante also die höhle des löwen es ist einmal so dass es natürlich ist okay der löwe ist jetzt so ein bisschen in der höhle eingesperrt es ist aber auch weiß begibt sich jetzt hier sozusagen in den bereich in denen natürlich der der laien spieler auch versucht zu beißen sozusagen oder versucht natürlich jetzt hier auf gewinn zu spielen kann man diese variante verhindern man kann sie tatsächlich verhindern indem man hier auf e5 geht dann gibt es diese ganze ganze anti billi durchstellung nicht natürlich kann jetzt hier weiß in dieses endspiel gehen und darauf sollte man dann als schwarz auch vorbereitet sein weiß kann aber hier nicht wieder in diese variante gehen die wir eben gesehen haben auch wenn sie ähnlich aussieht denn jetzt kann hier schwarz einfach tauschen und gewinnt ein tempo auf die dame weil man hat ja den zug springer b nach d7 nicht gespielt man hat also hier eine option und jetzt könnte weiß den fesseln und man entfesselt ihn und so weiter aber das wäre jetzt hier eine gute stellung für schwarz und man hätte diese kritische variante verhindert ich bin hier in die kritische variante gegangen nicht weil ich gehen wollte sondern weil hinrich mich gezwungen hat er spielt es einfach die besten züge ich bin hier genötigt nachdem zu viel druck auf diesen bauern ist jetzt muss man schlagen jetzt schlägt man im zentrum wenn weiß hat jetzt hier eigentlich nur zwei sinnvolle züge den bauern zurück schlagen wenn der springer hier weg geht dann verliert man zur not den also es gibt nur zwei züge das eine ist mit dem springer zu schlagen und da hätte ich jetzt keine große angst vor weil die hier würde würde ich jetzt einfach vier ketieren also den läufer auf die flanke stellen und meine idee ist ich spiele jetzt auf den bauern das ist jetzt die idee ich will auf den bauern druck machen und nur wenn weiß diese idee was ich vor auch gut verhindert also wenn er zum beispiel dieses manöver macht um den bauern zu decken nur dann ist das überhaupt gut haltbar für für weiß denn ich kann hier viel viel druck auf den bauern machen und dieser diesen druck wird auch nicht los denn ich drohe den springer zu schlagen denn es fehlt wieder ein verteidiger hier also das wäre so meine idee gewesen und deshalb wäre das wäre eine völlig ausgeglichene stellung aber ich werde der aktiv ist ich werde etwas ein ziel hat worauf er spielen kann also vor springer steckt die vier hätte ich keine angst gehabt und das ist ja ein ganz normaler zug und hier merkt man sich wenn er mit dem springer schlägt vier ketieren und alle figuren hier auf den bauern los alle auf den bauern los das ist so der plan den man sich hier merkt hindrich spielt aber wieder den besten zug er schlägt mit der dame nun gut kennt das eben was soll es ich kenne es auch wie geht es jetzt hier weiter man steht immer noch passiv wenn weiß die rohade macht und irgendwann die mitte auf macht dann wird es schon mulmig man muss hier auch aktiv spielen und ihr könnt ja mal pause machen und euch überlegen was ist denn hier ein aktiver zug der aktive zug hier ist gar kein aktiver zug sondern c6 und der soll etwas vorbereiten das zeige ich euch gleich und diese stellung kenne ich natürlich und hier kenne ich drei züge der beste ist läufer e3 und was ist jetzt die idee gewesen hiervon die idee ist aktiv zu spielen figuren ins spiel zu bringen die stellung kompliziert zu machen den gegner vielleicht mit der stellung zu überfordern und dafür auch zur not ein bauern zu opfern ich spiele in dieser stellung also d5 weiß schlägt und jetzt kann ich mit tempo auf die dame den läufer entwickeln und der könig steht immer noch im zentrum das versuche ich jetzt auszunutzen die dame muss weg jetzt droht der läufer den zu schlagen aber ich fesselt ihn einfach und jetzt sieht man eben hier hier können ganz viel taktiken passieren hier kann weiß ganz schnell material verlieren das beste ist hier den springer dazwischen zu stellen wenn ich jetzt sage ich gehe noch mal auf den läufer los dann sieht das sehr gut aus aber der springer kann jetzt hier rein hüpfen und ich kann den springer nicht schlagen weil mein läufer blockiert ist und das ist natürlich jetzt eine ganz schwierige stellung das kann man tatsächlich hier noch spielen es gibt ja ganz tollen zug für schwarz der ist noch irgendwie ein bisschen rettet springer e5 sieht ein bisschen verrückt aus aber springer e5 greift auch die dame an sollte jetzt weiß tatsächlich den springer schlagen dann ist die eigene dame nicht mehr angegriffen und weiß wird hier material verlieren das material das schwarz allerdings vorher geopfert hat also es wäre dann ausgeglichen aber schwarz wäre gut aus der nummer rausgekommen auch und es wäre ausgeglichen das problem ist weiß kann auch einfach die dame nehmen jetzt muss man selber auch die dame nehmen mit schach holt sich jetzt noch den läufer da wird man weiß wenigstens das läuferpaar kaputt gemacht hat weiß schlägt weiter aber schlägt zurück und wenn wir uns das jetzt hier so ansehen nur gut ist es sind auch mehr schwarze figuren aktiv aber schwarz hat hier keinen richtigen druck irgendwie und weiß hat einen bauern mehr und wir haben einfach zu wenig feuerkraft jetzt mit schwarz um das auszunutzen das heißt hier steht weiß einfach einfach angenehm leicht besser mit dem bauern mehr also dass deshalb wäre es jetzt verfrüht mit dem springer auf dem läufer loszugehen ganz einfach weil dieser zug droht und deshalb spielt man hier springer b6 jetzt kann auch der läufer raus der läufer kontrolliert das feld hier das heißt der springer kann nicht einfach hierhin gehen weiß nimmt ein bauern mit jetzt haben wir die situation schwarz hatten bauern geopfert der weiße könig kommt aus der mitte raus und hier gibt es noch einen aktiven zug und das ist läufer a6 und den darf weiß jetzt nicht nehmen denn wenn er ihn nehmen würde dann könnte man hier mit schach schlagen und noch eine figur gewinnen also die dame müssten aus dem weg gehen und ihr seht schwarz hat ein bauern geopfert aber für viel aktivität für schnelle entwicklung mit tempo und weiß ich habe hier die perfekten züge für weiß gespielt also läufer e3 wäre der beste was ich auch kenne ist läufer d2 hier ist jetzt der plan wieder ähnlich wieder mit tempo auf die dame los jetzt muss ich hier aber nichts fesseln das heißt jetzt gehe ich einfach aus dem zentrum raus gebe das schach und habe jetzt ein bauern geopfert weiß geht aus der mitte raus ich gehe mit der dame weg denn ich habe einen bauern geopfert ich will auf keinen fall noch die damen tauschen und ihr seht ich habe zwar diesen bauern verloren aber dadurch habe ich auch eine offene linie gewonnen und das ist jetzt sozusagen das worauf ich setze ein computer der verteidigt das als weißer aber mit der dame hier vorne und den offenen linien und mit dem könig hier ist das doch eine schöne angriffstellung für schwarz und einzug gibt es noch der ist auch kritisch das ist hier wenn weiß tatsächlich versucht die mitte aufzumachen und hier schlägt man und fesselt hat wieder den angreif auf die dame und fesselt jetzt den bauern und die idee ist dass man diesen bauern sogar gewinnt das problem ist dass beide könig und dame noch im zentrum stehen das heißt das wird jetzt sehr sehr mulmig man hat zwar den bauern mehr aber weiß hat hier verdammt viel kompensation und hier muss man richtig gut verteidigen als schwarzer hat aber zumindestens bauern mehr also das sind die drei züge die ich in dieser stellung hier kenne und diese stellung habe ich natürlich schon oft in trainingspartien auf dem brett gehabt und was spielt hinrich h3 hinzu kenne ich jetzt überhaupt nicht also der sagte mir gar nichts er hat anscheinend ein gutes gespür dafür gehabt dass springer g4 ein problem ist und ja also erst mal habe ich mich gefreut dass er nicht den besten zug gespielt hat weil jetzt war ich mir sicher okay er kennt es doch nicht also er hat mir so aus seinem natürlichen gefühl raus die besten züge gespielt es war jetzt nicht so die öffnungsvorbereitung weil die besten drei züge kenne ich und wenn er das nicht spielt muss das was er gespielt hat kann es ja nicht gut sein also das ist das schöne gefühl für mich bloß was mache ich jetzt mache ich jetzt wirklich mein plan weiter also meinen normalen plan hier in bauern opfern tempo auf die dame gewinnen bruchade machen oder muss ich jetzt was anderes machen also man muss sich jetzt genau überlegen man weiß ist h3 kann nicht der beste zug sein warum und ich habe überlegt kann ich vielleicht hier rein hüpfen ist das die idee ich habe einfach überlegt okay passen meine pläne und ideen passen die noch und ich habe dann gesagt okay meine idee ist ja ein tempo auf die dame gewinnen hoch harte machen und den turm auch noch auf die offene linie also meine idee ist im grunde aktivität figuren aktivität dafür zu notenbauern zu opfern und sein könig hängt noch in der mitte da heißt in taktiken möglich und an der idee hat sich jetzt ja nichts geändert die idee ist ja hier immer noch da und deshalb habe ich gesagt okay mein plan passt hier auch noch und dadurch dass er h3 gespielt hat ist sein könig bloß ein zug länger im zentrum fest also los geht's er schlägt ich habe jetzt das tempo auf die dame die dame geht weg und jetzt muss ich eben hier kein schach geben weil ich hier auch kein läufer fesseln muss das heißt ich mache jetzt einfach nur bruchade ich spiele es also so ein bisschen wie die variante als er kein h3 gespielt hat sondern läufer e2 läufer mit tempo entwickeln rochade machen hier hat jetzt hinrich d2 gespielt läufer d2 einfach um den könig aus der mitte zu kriegen besser wäre hier gewesen dass er noch den bauern mitnimmt also dass er jetzt wirklich noch den bauern mitnimmt jetzt gebe ich mal ein schach und jetzt kann er immer noch die rochade machen hat aber zumindest ein bauern gewonnen trotzdem das ist natürlich gefährlich und wenn man jetzt hier ein bisschen unbedacht zieht als weißer denn kann man hier richtig in probleme laufen und das ist eben genau das worauf ich gespielt habe was ist jetzt das problem was ist hier der zug was hätte weiß übersehen dass ich eine drohung aufgebaut habe läufer a6 und plötzlich steht man als schwarzer richtig gut also hier müsste weiß die dame geben für läufer und turm das wäre noch das beste und vielleicht auch aus diesen überlegung heraus hat sich weiß entschieden zu sagen oh nein ich muss sofort aus dem zentrum raus ich will gar nicht ein bauern gewinnen ich will einfach nur aus dem zentrum raus und dann gebe ich natürlich trotzdem einmal das schach und hier sollte ich jetzt a5 spielen vielleicht sogar einfach hier um den königsflügel aufzulockern denn kurze rochade kann weiß ja nicht machen kann ja nur lange rochade machen und da wäre die idee hier mal ein bisschen druck zu machen eine gute gewesen ich könnte jetzt auch einfach den bauern zurückschlagen aber ich habe noch so den zug gemacht den ich eben aus der anderen variante kannte damit c7 ganz einfach damit die damen sich nicht tauschen und ich offene linien für die türme bekomme er macht die lange rochade und ich gehe mit dem springer rüber und die idee ist einfach dass ich hier vielleicht auf die offene linien drauf komme die idee ist wenn er hier tauscht dass ich den läufer rausbringen den turm rüber bringe und dass ich dann alle figuren aktiv habe das ist die idee und weiß ist sich der sache immer noch nicht so geheuer und verzichtet darauf ein bauern zu gewinnen naja gut und dann habe ich gesagt dann nehme ich eben den bauern selber und jetzt habe ich eine aktive öffnung gespielt ich habe viele figuren schon im spiel ich greife einige punkte an in der stellung und naja ich habe noch nicht mal material verloren also es ist so als hätte ich ein gambit gespielt habe aber gar nichts geopfert also hier war ich sehr zufrieden und das sind jetzt 13 züge und ich glaube mein plan ist voll aufgegangen ich hatte ein bisschen angst als hinrich so zielstrebig in die beste quasi widerlegung gespielt hat aber ich finde ich habe hier eine ziemlich gute interessante stellung bekommen dafür dass ich schwarz habe er greift den springer an und hier hatte ich sofort den zug im kopf springer b4 und den zug hatte ich sofort im kopf und die idee war wenn er jetzt zum beispiel irgendwie mit der dame weg geht wie deckt er jetzt den bauern so das war so die idee und dass ich hier vielleicht sogar ein bauern gewinne oder sowas dann tausche ich hier hat den unsicheren könig das war so die idee ich habe aber hier auch ein problem gesehen und das spielt ihn richtig auch er kann jetzt den läufer angreifen deshalb habe ich hier noch überlegt wer nicht läufer e6 besser und der computer sagt ja das wäre richtig gut das hätte ich machen sollen wenn er jetzt hier tauscht und weiter tauscht dann habe ich hier tolle läufer richtig tolle läufer ab das läuferpaar und hat eine richtig gute stellung ich hatte hier ein bisschen bedenken dass er irgendwie sowas spielt aber dann wird ja der springer hängen also ich habe da vielleicht zu viel angst gehabt oder ich war einfach zu sehr davon überzeugt dass springer b4 gut ist weiß hat greift den läufer an man muss immer aufpassen dass man die runden nicht was übersieht weil es natürlich auch eine gewisse drohung aber ich gehe zurück und jetzt drohe ich ja auch hier etwas zu gewinnen ich gewinne drohe den die springer zu schlagen und ein bauern zu gewinnen und wenn der springer weg geht kann ich vielleicht sogar noch mal auf den los er geht aber sofort auf den springer los das war schade dass ich jetzt hier nicht noch zu dem zug gekommen bin ich fand das so schade dass ich hier sogar überlegt habe ob es irgendwie funktioniert dass ich den läufer opfer aber das wäre glaube ich sehr wild gewesen hier einfach so eine figur weg zu opfern deshalb habe ich einen zwischenzug die dame angegriffen die dame geht weg und jetzt habe ich den springer gerettet und jetzt bin ich so durch ein bisschen umstellung eigentlich wieder in die gute variante gekommen die ich gleich hätte spielen sollen weiß kommt angerannt und ich tausche den springer weg und hier habe ich jetzt zwei züge überlegt ich habe überlegt mit dem springer rein zu gehen und ich habe überlegt mit dem läufer rein zu gehen und der läufer zug hat mir irgendwie besser gefallen weil ich habe ein bisschen diese fesselung auf die dame und es ist so ein zug der zwingt mehr weiß etwas zu tun und deshalb habe ich läufer d5 gespielt und das ist dann immer so ein bisschen auch ja da sieht man eben stellungsbewertung der computer sagt springer d5 ist weitaus stärker man greift jetzt ja den bauern an man greift den läufer an wenn er vorbei geht kann man einfach wegtauschen schach geben schach geben matt setzen also f5 ist heikel der hängt auch übrigens und läufer d2 jetzt kann man den springer vertreiben mit dem bauern und diese stellung wenn so viel rote pfeile auftauchen die muss gut sein aber das überlasse ich mal euch wenn ihr das mal ausprobiert mal diese stellung aus macht mal ein paar züge den link zu allem was ich zeige findet ihr immer unten in der video beschreibung geht auf die studio habt einfach mal spaß also diese stellung macht viel spaß aber nicht für weiß gut wie man es macht ist es falsch ich bin mit dem läufer reingegangen weil ich das einfach im kopf gesehen habe gedacht okay das sieht doch gut aus er tauscht nicht nur gut dann tausche ich und habe jetzt hier einen schönen springer stehen und habe hier schon auch sowas gesehen wie den springer hier zu opfern dann den anzugreifen also man hat hier viele ideen weiß ist weggegangen wollte den läufer behalten aber hier habe ich jetzt gesagt okay dann nehme ich einfach nur den bauern und jetzt habe ich hier einfach nur ein bauern gewonnen und das beste was weiß hier machen könnte ist zu tauschen ist jetzt ein bisschen komisch warum soll man weiter tauschen wenn man geraten bauern verloren hat aber die idee ist dass man tempo auf die dame gewinnt und jetzt sind alle weißen figuren aktiv weiß kann auch den schönen springer hier vertreiben weiß kann hier vorrücken schwarz steht einfach passiv und diese passivität gibt weiß genug ausgleichschancen auch trotz bauern weniger also diese stellung der computer hätte ja gar kein problem der sagte so alles okay eine remiestellung sozusagen weiß hat aber gesagt okay wenn ich ein bauern weniger ab dann möchte ich lieber ein paar figuren auf dem brett halten also tausche ich hier nicht aber das ist natürlich schön für mich weil jetzt habe ich alle figuren im spiel jetzt sind alle figuren im spiel habe ich eigentlich gar keine sorgen weiß kommt mit dem spieß naja gut schade muss ich meinen schönen springer wieder hergeben aber ich habe die e linie ich habe vertrippelt mein könig ist bombensicher ich habe keine schwächen und habe ein bauern mehr also da war ich ja wirklich sehr sehr zuversichtlich für dieses endspiel weiß geht rüber damit hier keine figur eindringt damit es hier nicht irgendwo schach gibt ist ganz gut bei der langen rochade spielt man oft nochmal den könig rüber ich spiele h6 falls doch mal auf der grundreihe probleme auftauchen ist so ein kleines luftloch nicht schlecht er geht vor mit dem turm es ist klar er möchte auch vertrippeln und hier habe ich jetzt überlegt was ist jetzt eigentlich hier mein plan was ist jetzt so meine strategie für das endspiel und im endspielen ist es ganz wichtig dass man dass der könig sicher ist königssicherheit ist im endspiel ganz wichtig in einem schwerfiguren endspiel sowie hier mit allen schwerfiguren sogar ist königssicherheit extra 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 wichtig und zwar weil die schwerfiguren so kraftvoll sind und so leicht matt bilder aufbauen können schuldigung musste niesen kann auch noch was trinken so schwerfiguren können so gut drogen aufstellen sind so gefährlich für den gegnerschen könig deshalb ist in schwerfiguren endspielen königssicherheit extra wichtig und damit war mein plan gefasst ich muss es schaffen dass mein könig sicher ist und dass sein könig unsicher wird und das schaffe ich indem ich seine stellung aufreiße und das macht man mit bauern vorstößen und das ist auch sehr hilfreich wenn man hier so ein eselsohr hat da hat man nämlich auch noch in idealen bauernhebel aber ich kann jetzt nicht hier blind also ich muss da schon ein bisschen ordentlich vorbereiten und die richtigen bauern ziehen und jetzt bin ich sozusagen unterwegs er vertrippelt auch und hier könnte ich jetzt f6 spielen aber f6 gibt natürlich plötzlich denn so diagonalen zu meinem könig das möchte ich nicht ich möchte mein könig sicher haben möchte ja nicht irgendwo in schachs laufen ich kann den turm rüber spielen aber das ist mein turm passiv und deckt nur ein bauern und deshalb habe ich hier gesagt okay ich nehme einfach ein schwerfiguren paar raus ich gebe schach ich gebe noch mal schach der könig muss wieder zurück und jetzt ist mein bauer viel sicherer weil er nur noch zwei figuren hat die den bauern angreifen können mein könig deck den sowieso immer ich muss also nur eine figur haben zusätzlich die den bauern deckt und deshalb habe ich hier ein schwerfiguren paar rausgenommen und habe jetzt überlegt der erste zug den ich wahrscheinlich im blitzen sofort gespielt hätte wer turm d8 gewesen um hier oben matt zu drohen es ist kein matt die dame kann noch dazwischen dabei gewinne ich die dame ist auch nicht schlecht und mir ist hier aber noch ein besserer zug eingefallen und zwar dame d5 ist sogar noch besser also kleine feinheiten machen den unterschied weil jetzt steht meine dame noch besser kontrolliert hier die fünfte reihe deckt auch meine bauern und bereitet hier natürlich auch den bauerndurchbruch vor mit dem ich seine stellung aufmache gleichzeitig die drohung nicht vergessen also wenn jetzt hier weiß irgendwo blödsinn macht da wäre schon die dame weg und der turm auch noch also totale katastrophe hinrich geht also zurück deckt die grundreihe aber ich habe einen plan den könig an den kragen meiner ist sicher deiner gleich nicht mehr weiß guckt es sich ein bisschen bei mir ab und sagt okay er muss auch irgendwie aktiv werden aber stört mich gar nicht also ich bin unterwegs und hier jetzt nicht schlagen weil wenn man jetzt hier schlägt gibt man vielleicht doch irgendwie dem gegner wieder hoffnung weil plötzlich die h linie offen ist deshalb bin ich hier einfach vorbei gegangen und wenn er jetzt hier weiter geht würde schlage ich den einfach und er kann zwar hier angreifen aber ich denke es einfach und mein könig ist bombensicher ich habe sogar zwei bauern jetzt mehr und sein könig ist unsicher wenn ich gleich seine stellung aufmache also der angriff ist hier zu ende und hinterher hat mir hindrich auch gesagt hatte hier angst davor vor turm e4 dass ich den auch noch gewinne und dass ich denn hier noch ein freibauern zusätzlich kriege und diese angst ist auch durchaus berechtigt ich hatte hier einen ganz anderen zug berechnet für weiß und zwar hatte hier ich überlegt während weiß am zug war habe ich überlegt was wenn er jetzt hier damit c7 spielt damit bleibt er hier ein bisschen auf den bauern drauf aber greift auch meine angriffsbauern an und während mein gegner überlegte was er zieht habe ich diese variante schon mal so ein bisschen durchgerechnet und ich habe überlegt er könnte ja eigentlich auch den bauern schlagen ich schlag hier weiter und jetzt habe ich hier die a linie und das ist natürlich jetzt sieht sein könig dann nicht so gut aus wenn er die dame dazwischen stellt kann ich die tauschen und habe ich dieses endspiel und das hatte ich so im kopf so weit habe ich schon mal so gerechnet während wenn er noch überlegte und wenn er jetzt hier natürlichen zug spielt zum beispiel den bauern decken dann ist das jetzt auch plötzlich schon verloren weil weiß kann es sich nicht erlauben da noch ein bauern zu verlieren da habe ich ja hier ein super freibauern und wenn der turm jetzt so passiv in die ecke muss nur um diesen blöden bauern zu decken dann ist natürlich ein traum endspiel für mich der könig kommt nicht ins spiel die doppelbauern sind schlecht mein turm ist super mein könig rennt hier rein also das wäre eine super stellung während ich das noch so überlegte ich war so gedanklich war ich so hier so irgendwo zog hinrich aber und spielte dame f5 er möchte tauschen er hat da angst dass ich hier noch den bauern gewinne aber hier könnte ich wahrscheinlich einfach tauschen ich verliere zwar jetzt selber ein paar bauern aber welcher bau ist schneller meiner schneller und wie kommt jetzt der turm noch irgendwo da hinten hin um zum verteidigen also das wäre wahrscheinlich für mich auch gewinnen gewonnen gewesen aber ich habe gar nicht überlegt weil ich hatte ja bloß auf solch ein zug gewartet denn was gewinnt jetzt hierfür schwarz habt ihr schon ich zeige es jetzt das taktikmotiv heißt ablenkung der könig kommt nicht aus dem schach aus er muss den turm schlagen und verliert die dame der turm wurde abgelenkt von seiner aufgabe die dame zu decken und als ich hier das schach gegeben hat hat hinrich auch sofort aufgegeben facit diese partie ich war erst einmal froh dass ich mich getraut habe hier in diese variante rein zu spielen und dass ich das tatsächlich hier auch sagen wir mal die in diese kritische variante gegangen bin denn es gibt immer noch die möglichkeit dass man irgendwo ja sagen wir mal zu viel respekt hat und in dieser stellung gibt es noch eine alternative es ist immer gut wenn man noch alternativen hat eine idee ist zum beispiel tatsächlich so zu spielen ziemlich passiv es gibt ja noch eine andere idee und die wäre auf damen tausch zu gehen das wäre noch so eine sichere sicherheitsvariante die habe ich bisher auch noch nicht gespielt da war ich auch hier so ein bisschen verlockt das mal auszuprobieren die idee ist einfach jetzt kann er nicht irgendwie den läufer ausspielen weil er dann den bauern verliert die damen zu tauschen und jetzt tatsächlich auf diesen bauern loszugehen das wäre auch eine idee das wäre so eine sicherheitsvariante und ich war froh dass ich mich jetzt wirklich getraut habe zu sagen okay ich nehme die challenge an und gehe jetzt hier auf die komplizierte variante auf die interessante variante setzt auf angriff setzt also hier nicht auf sicherheit und da war ich sehr zufrieden ganz generell kann man aus dieser partie ganz gut sehen man lernt ja immer also man lernt eine öffnung man kauft sich ein öffnungsbuch man kauft sich eine chessbase dvd man kauft sich überteuerte und dann lernt man und lernt man und dann steht man am brett und nach fünf sechs zügen spielen die gegner immer irgendwas anderes was man gar nicht kennt und das war bei mir hier auch so mit dem zug h3 ich war auf alles mögliche vorbereitet bloß nicht auf h3 und da ist es eben wichtig dass man in der öffnung nicht nur blind den eigenen plänen und ideen folgt sondern dass man sich auch immer fragt macht der plan denn noch sinn oder sollte man vielleicht auch abweichen und wenn eine öffnung kritische varianten hat die einfach schwierig sind dann sollte man mehr zeit genau in diese kritischen varianten stecken und ich war hierauf gut vorbereitet hinrich hatte gut gespielt auch h3 ist kein patzer auch h3 ist ein zug der gespielt wird und der gut ist aber ich kann mit der stellung die dadurch entstanden ist besser zu recht als er ich hätte gerne am ende das endspiel hier normal gewonnen also ich hätte es hier wirklich gerne normal gewonnen und hätte gezeigt warum das im grunde auch eine gewinnstellung ist dass er es mir einfach macht darüber habe ich mich denn nicht beschwert die partie hat drei stunden und bis hin gedauert und genau danach setzte denn das chinesische tanztheater ein wir führten also 2 zu 0 während ich spielte hatte marcus anbret 4 bereits remi angebote gehabt marcus anbret 4 ist dvz 1652 und sein gegner hatte 1526 und auch sein gegner hat ein bisschen zu viel getauscht und es blieb ein etwas schwieriges endspiel übrig mit bauern schwächen für den gegner und das ist eben immer das problem also man kann sich ganz leicht schlecht tauschen wenn man einfach nur tauscht 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 man sollte lieber die figuren auf dem brett halten das ist wirklich die bessere vorgehensweise und man sollte nur tauschen wenn man dadurch einen vorteil hat oder wenn man einen nachteil verhindern muss und nicht einfach nur zu tauschen um zu sagen okay ich möchte ein remi denn hier hat wirklich sein marcus gegner sich ein sehr schweres endspiel eingehandelt es waren zwar ungleichfarbige läufer bei ungleichfarbigen läufern sagt man ja immer das ist so remi lastig aber nur wenn es ein reines läuferendspiel ist wenn ich da noch figuren dazu packe schwerfiguren vor allem dann ist ein ungleichfarbiges läuferendspiel zum beispiel mit einem turm zusätzlich oder eine dame ist das fast immer für eine seite gewonnen und es ist für die seite gewonnen die im angriff ist ganz einfach weil marcus konnte mit der dame und den läufer sachen angreifen und sein gegner konnte die sachen nur mit einer figur verteidigen weil der andere läufer ja auf den anderen farben spielt und deshalb sind ungleichfarbige läuferendspiele immer vorteilhaft für den der im angriff ist der etwas angreifen kann und marcus war am angreifen und für sein gegner wurde es immer unangenehmer sein gegner hatte ihm schon remi angebote gemacht die hat marcus abgelehnt und das ist natürlich ganz toll denn marcus hat ja schon so ein zwei partien sehr unglücklich verloren gut gespielt denn am ende irgendwo ein fehler eingebaut und dass er hier jetzt nicht gesagt hat okay wir führen 2 0 ein remi bringt uns näher an das unentschieden oder vielleicht an einen sieg nein er hat weiter gespielt und das endspiel wurde immer unangenehmer und irgendwann hat sein gegner einfach den fehler gemacht und marcus hat gewonnen hat er sich auch sehr gefreut und wir hatten schon drei punkte 3 zu 0 wir hatten also das unentschieden sicher sicher die nächste partie war an brett 5 unser johannes dvz 1553 er hat noch nicht viele turnier auswertungen weil er noch nicht so lange in einem verein spielt und sein gegner war hatte dvz 1511 auch hier so ein bisschen das thema zu viel getauscht vom gegner johannes mit einem vorteilhaften endspiel aber mit einem remi angebot und er wollte nicht fragen ob er das remi annehmen soll und da hat sich sein gegner beschwerter gesagt du kannst doch jetzt nicht einfach jemand anderen fragen und natürlich kann er das denn das ist so eine der wenigen aufgaben die man als mannschaftskapitän hat die spieler können mich fragen und sagen ob sie ein remi annehmen sollen und ich darf denn einen ratschlag geben ich darf muss das aber unabhängig von der position auf dem brett machen also ich sollte jetzt nicht zum brett hingehen und gucken du spielst weiter du stehst ja besser das ist nicht erlaubt aber ich kann dann sagen okay ja ein remi wird uns helfen mach es ich sag sowas aber nicht weil ich es auch für falsch finde ich meine johannes hat 2-3 turniere gespielt in seiner schachkarriere der soll erfahrung sammeln der soll solche endspiele zu ende spielen es war ein turm endspiel er hatte den aktiveren turm und ich habe dann zu ihm einfach gesagt johannes wenn du das gefühl hast du verlierst das nicht dann spielst du einfach weiter solange du das gefühl hast die stellung kann ich nicht verlieren spielst du weiter und er hat es dann auch weiter gespielt und das war sehr beachtlich denn der halbe punkt hätte uns ja schon den sieg gebracht und er war auch von der zeit nicht so gut also hatte nur noch irgendwie so zehn minuten auf der uhr aber er hat das dann ganz vorbildlich gemacht hat sich hat zwar bauern gegeben hat dafür aber sich selber frei bauern verschafft hat irgendwann den könig aktiv in die stellung gebracht matt aufgebaut und der gegner hätte sich nur noch entscheiden können zwischen matt gehen oder umwandlung zulassen und da hat er dann die dritte entscheidung getroffen die dritte möglichkeit gewählt hat aufgegeben wir führten also 4 zu 0 das tanztheater sang und jürgen spielte noch jürgen hat am ersten spieltag der saison verloren danach hat er in ein remis geschafft und danach hat er sensationell viermal gewonnen also erstes spieltag verloren und danach ist er abgegangen und das an brett eins an brett eins hat man ja die ambitioniertesten stärksten gegner und jürgen hat zum zum teil in den letzten an letzten spieltagen die leute wirklich in 17 zügen vom brett gefegt also er ist unglaublich gut drauf seine dvz 1850 sein gegner 1743 und jürgen hat mit weiß aus der öffnung nichts rausholen können also es war tatsächlich so es war eine ausgeglichene stellung es tauschte sich immer ein bisschen mehr ab aber jürgen hatte keine schwächen in der stellung die bauernstruktur war gut der könig war sicher alles war gut aber hatte eben keinen vorteil rausholen können manchmal muss man aber auch nicht unbedingt was machen sondern man kann eher darauf warten dass der gegner einen fehler macht und der gegner hat keine patzer gemacht aber er hat sich dazu verleiten lassen die bauern vor seinem könig vorzuziehen bisschen angreifen zu wollen und plötzlich war die stellung vor seinem könig offen jürgen tauschte ab und mit dem offenen könig und der dame tauchte plötzlich ein spieß auf und das war eben nur möglich weil sein gegner die bauern vor seinem könig vorgezogen hatte und das wollte sich dann sein gegner nicht mehr anschauen hat aufgegeben und es stand 5 zu 0 für uns der letzte der spielte war unser jan philipp jan philipp dvz 1844 also er ist gerade dabei uns alle zu überholen nach dvz und er hat diese saison in fünf spielen fünf mal fünf siege geholt einmal kampflos aber viermal gewonnen also eine unglaubliche bilanz er wird nach der saison ordentlich dvz gewinnen und wird dann irgendwo die über 1900 sich finden und dann schauen wir mal wo er sich einpendelt eine super saison und er hatte aber ein schwieriges spiel er war aktiver er konnte sich freibauern verschaffen sogar zwei verbundene freibauern es kam ein endspiel mit türmen und ungleichfarbigen läufern und der der turm vom gegner drang in die stellung von jan philipp ein und graste jetzt am anderen flügel die bauern weg jetzt war die situation dass sein gegner auf der einen seite mit den bauern bis auf die vorletzte reihe vor lief und jan philipp seine zwei bauern auch nach vorne schob und es gab noch die möglichkeit für den gegner den läufer den er noch hatte für die zwei bauern zu opfern und dann in ein endspiel zu gehen in denen er auf einer seite vier bauern hat aber eine figur weniger da die da der könig gut stand von jan philipp wäre das auch ein remis geworden aber es wäre unangenehm gewesen und es wäre wahrscheinlich ein ja es wäre einfach ein remis geworden irgendwann hätte er wahrscheinlich die figur wieder für zwei bauern geben müssen den letzten ausweg übersah sein gegner aber versuchte stattdessen die bauern umzuwandeln aber das hatte jan philipp alles berechnet und er wandelte selber zuerst um und hätte denn zwei züge später ein spieß gehabt und den die umgewandelte dame des gegners gewonnen und da hat der gegner dann vorher schon aufgegeben wir haben also tatsächlich 6 zu 0 gewonnen das ist natürlich ein äußerst ungewöhnliches ergebnis ich hatte fast gehofft dass einer spielt weil jetzt steht da 6 zu 0 und jeder denkt das war kampflos nein jedes brett haben wir gewonnen das habe ich selber so noch nicht erlebt bei uns ich kann mich an ein 6 1 halb zu 1 halb erinnern das hatten wir auch glaube ich mal ein oder zweimal in einer saison aber das wirklich jedes brett gewinnt das habe ich noch nicht gesehen na gut 4 0 irgendwo in der b klasse oder c klasse bei den jugendlichen aber jetzt bei den erwachsenen bei der ersten mannschaft alle gewonnen ganz ganz ungewöhnlich ich weiß nicht ihr könnt ja auch mal reinschreiben wenn ihr mal irgendwo so ein 8 0 hatte oder ein 6 0 oder vielleicht auch 0 zu 6 schreibt mal rein wo das war in welcher liga das war wie das so passiert ist also ich fand das sehr ungewöhnlich aber toll wir sind denn sehr beschwingt wieder nach hause gefahren bisschen mitleid schon für die holzgerlinge so was bedeutet das jetzt für die tabelle wir haben holzgerling hinter uns gelassen und sind jetzt punktgleich und brettpunktgleich mit max statt auf dem dritten platz nach hinten sollte nichts mehr passieren weil dann durch das 6 0 haben wir jetzt ordentlich brettpunkte gesammelt wir sollten also den dritten oder vierten platz sicher haben aber am letzten spieltag geht es gegen renningen und renning ist auf dem zweiten platz und nur ein punkt vor uns wir haben also ein heimspiel gegen renningen wenn wir wieder so stark auftreten könnten wir vielleicht sogar noch zweiter werden und das wäre natürlich schon ein erfolg wenn man denkt wie schlecht die saison losging mit der unglücklichen niederlage gegen sindelfingen wenn man hier mal reinschaut hat renningen auch mal 6 0 gehabt und max statt auch und zwar gegen die tabellennetzen sindelfingen hat zweimal 6 0 geschafft aber beide kampflos hier auch gegen die tabellennetzen also dass wir jetzt hier gegen einen direkten konkurrenten auf dem platz 4 und 5 also holzgerling die ja wirklich gut besetzt sind 6 0 gewonnen konnten wir selber gar nicht richtig glauben toller spieltag toller erfolg ich stehe jetzt in der saison mit 4 siegen 2 niederlagen und ein remis oder so ähnlich stimmt das kann ich mal irgendwo hier spickeln so vier siege zwei niederlagen zwei remis stehe ich plus 2 für die saison ich habe immer das ziel ein turnier oder jetzt eine liga ist auch nur ein termin ein turnier mit einer positiven bilanz abzuschließen also ich habe immer das ziel mindestens plus 1 abzuschließen jetzt stehe ich sogar plus 2 plus 2 brauche ich aber auch um keine dvz zu verlieren das klingt ein bisschen komisch aber ich habe ja fast ich habe ja die ganze saison eher gegen leute gespielt die nach dvz schlechter sind das ist auch normal dass man eine positive bilanz hat also wenn ich jetzt am ende plus 1 die saison abschließe da werde ich sogar 15 dvz verlieren bei plus 2 werde ich gleich bleiben und wer weiß was passiert vielleicht wird es ja sogar noch besser ich werde jetzt nicht versuchen am letzten spieltag plötzlich auf remit zu spielen aber ich werde vielleicht nicht unbedingt jetzt kündig scambit oder sonst was raushauen sondern schon etwas solides seriöses und dann schauen wir mal was dabei rauskommt es wird ein spannender letzter spieltag und ich hoffe ihr seid dann wieder dabei wenn ich davon berichte dann bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal 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 Untertitelung des ZDF, 2020